Herzlich Willkommen, ein fröhliches Moin, zu einer ganz fixen Runde von Starbound. Herzlich Willkommen, Beedle. Ich habe gehört, wir haben hier einen Auftrag zu erfüllen. Wie komme ich denn jetzt zu dir? Wir waren ja eigentlich am Sammeln gerade. Dann haben wir diesen Quest entdeckt. Diesen Quest, der da hieß, teste für uns den Mech oder irgendwie sowas. Der ist hier mitten in irgendeiner Eislandschaft. Dort dachten wir uns, nö, den können wir ja nicht... Oh. Mach mal auf. Mach mal auf. Ich habe mich noch nicht mit dem Mech. Oh, ist eine gute Idee, eine Leitung selbst. Aua. Ich bin ein Idiot, habe die Waffe geweckt. Aus dem Feuer. Schön, dass der auf dich fixiert ist. Aua. Meistens. Essen. 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 Hau rein, aber auch nicht mehr viel. Oh, schön. Errungenschaft. Schock and Able. Was hast du da für einen Text, den ich auch lesen? Ich lesen eben einen Stoff. Geben dir. Ja. Thanks for helping me. Test my Mac. Achso. Das war Absicht. Ja, das ist eigentlich ein freundlicher Pinguin. Was wir doch immer gerade gelesen haben. Gut. Können wir die Aufnahmen eigentlich gleich wieder petten? Wir waren ja eigentlich nur am Sammeln. Sind dabei unsere Mechs ein bisschen aufzupetten. Und die Hauptquest, obwohl, jetzt können wir eigentlich auch gleich zu Ester gehen, wenn wir schon mal da sind. Ja, kann ich ja noch zu Ester. Aber erstmal noch abgehen, oder? So, die 5 Minuten wohnt da jetzt auch nicht. Ja. Ah. Thanks. Okay, da hat noch ne Aufgabe. Get through the advanced test course with our own Mac. Okay. Die haben uns ein... Wollen wir was mehr machen? Ich mach jetzt mal Töre. Ah, ja, ja. Schön. Machen wir das doch gleich. Ready. But, steht da, you might want to assemble a strong enough Mac before you go. Ja, ja. Ein stark nügend, genügenden, mechanischen Klops. Oh, nee. Wo kommen wir nicht durch? Jetzt diesen da. Wo kommst du denn? Wo kommst du denn? Ah, guck mal, den kann ich schneller erschießen. Das ist auch schön. Ich weiß. Große Sekunde. Was ist das denn? Ah, ich muss ja kaputt machen. Okay. Wo kommen wir da durch? Ich hab ein paar wenige Lags. In drei Sekunden. Kriegt man nicht kaputt. Der war auf jeden Fall kaputt. Benutze Leertaste. Hallo? Oh. Ähm, im Nutz hatte ich grad mal ne Maus, weil... Die war grad irgendwie komisch gerichtet. Ich hab geschossen auch nicht da. Was gibt denn da? Nichts. Ich weiß es eigentlich. Ich guck mal hier links, ob die noch mit... Nee, der ist nix mehr. 70%, ich brauch bald was. Ähm. Hm, der ist Noob. Oh, der geht rein. Das schaffst du, ne? Naja, ich komm doch nicht weg. Stell deinen Wagen noch hier ab. Äh, 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 äh. Nein, 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 nein. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Ich geh zurück. Komm ich da effig. Halt die... Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, der braucht Energie? Ja. Ups, jetzt brauch ich keine mehr. Tschüss. Der ist direkt vor mir explodiert. Hupsi. Komm ich halt noch mal. Nein, ich wollte ja gar nicht aufnehmen heute. Hm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also schon, aber nein, aber ja. Ähm, hast du auf dem Weg den Zielscheiben gesehen? Zielscheiben? Ja, wir müssen Zielscheiben nicht aufhören machen. Nee, Zielscheiben nicht. Ich seh hier nur diese komischen Ketten, äh, äh, Segelbretter. Der kommt hier unten erst. So. Zieh nochmal runter. Ich weiß jetzt gar nicht, wo du bist. Bist du nochmal durch diese Anlage, oder wo? Hier außen kann ich noch Raumschütteln. Gott. Da gibt's einen Weg, wo man laufen möchte. Da ist ne Zielscheibe. Aber ich weiß nicht, wo wir da hinkommen. Ja, vielleicht kommen wir dann einfach hin. Kommen wir zu mir. Mhm. Muss ich nochmal durch dieses, durch diesen, dieses Rohr hier? Ich bin aus meinem Mech kurz rausgegangen. Was ist denn das da? Ich muss auf der anderen Seite rein. Okay. Hast du da links nochmal geschaut? Gibt's in den Fässern was? Nein. Nein, kann ich nicht aufnehmen. Und die Zielscheiben musst du kaputt machen, damit sie ja durchführen. Ja. Ich brauche ins Ereignis. Ich brauche die Energie jetzt, ne? Ich auch. Aber es wäre gut, wenn du mir nicht... da oben war, ist direkt. Warte mal. Ich hab noch 60% und du? Reden wieder. Oh. 50% bei 50%. Da oben ist noch einer. Einer. Da oben. Uah. 30. Ne, 20 sind das nur. Oh. Oh. Sehr schön. Ah. Wenn ich einmal das Ziel eingestellt habe, dann bleiben die auch eingestellt. Die viele Zielscheiben müssen wir entfangen. Hinten. Äh. Die Zielscheiben müssen nicht die Zielscheiben fangen, sondern, äh... Ja, ich hab hier drei hab ich grad kaputt gemacht. Und dann komm mal weiter. Öffne die Türen um die Zielscheiben kaputt gemacht. Dieser Teleporter zeigt, dass du... Dr. Lalalala erfolgreich abgeschlossen hattest. Du solltest... zurück zu ihm kehren. Ja. Und du warst da wohl, ne? Ja, denn. Tschüssi. Vielleicht hat er noch ne Aufgabe. Hatten wir denn beim ersten ne Belohnung bekommen, außer den Tröte? Nein. Und da gab's Dominion Mach Body. Oh, Champion Mach Body. Ich hab einen anderen bekommen. Toll. Oh, 3-3 hab ich. Biolium, Armor Blades und Proton Limiter. Hab ich alles. Ah, hier. Ich hab auch 3-3. Oh, den will ich mir bauen. Oh, den will ich mir bauen. Das ist eigentlich ne gute Idee, weil er auch mal Energie hat, ne? 25. Wie sieht denn deiner aus? Kannst du aber anhalten, kannst du nicht. Ich hab den ollen Ding. Einfachen. Ich will auch mal was schönes haben. Ne, wie der aussieht, mein ich. Hä? Wie so'n Schnabel. Wie heißt er? Champion Mach Body. Ja. Der sieht eigentlich fast so aus wie mein Standard-Ding. Naja, ja, richtig. Du hast, äh, der Standard hat nochmal 0-0 dabei. Mhm. Ach so, richtig. Das ist plattenspezifisch. Das ist nur für Avian. Aber gibt mehr Energie und Verteidigung, muss ich haben. Richtig. Richtig. Wollen wir mal gucken, ob wir das haben? Ich glaub, so viele grünen Platten haben wir gar nicht. Also ich denke schon, dass wir grüne Platten genug haben. Schauen wir doch mal. Mist, jetzt nimmt mich doch auf. Ich geh mal nach Tropfenstein. Wir brauchen aber einerseits die Armor Blades, andererseits diese grünen. Richtig. Die Armor Blades wär das Problem bei uns. Ja, ich denke auch. Wir schauen nochmal. Wir haben 51. Doch, das können was werden. Da brauchen wir nämlich 25 von. Ich zieh mal grad ein paar raus. Habe ich. Und 10 davon. Habe ich auch. Was war das andere? Violium. Ja, 35. 30. Habe ich. Cool, können wir uns beide was bauen. Na, wie wär's? Und dann kann ich mir... Und dann kann ich mir... Aber... Doch, das hab ich ja schon. Grün und... Finger. Was, grün, was? Ah, hier, hier noch. Ja. Wow. Hast du die Grün auch eingegangen? Oh, scheiße. Da sind wir heute gar nicht. Geh schonmal hin. Und dann reden wir noch mit der Is... Issa. Issa. Okay. Dam, 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 dam. Du hast ja noch so einen tollen, ähm, 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 Scanner gebaut für die Höhlen, ne? Ja. Kannst du jetzt sehen, was da unten drin steckt? Ja, wir geben das nicht. Warum können wir das nicht halbieren? Du kannst das einzeln, entweder mit Shift-Rechts-Klick oder mit Rechts-Klick holst du einzelne. Extra gut. So, dann baue ich mir das noch ein. Dann müssten wir das natürlich eigentlich noch ausprobieren, ne? Ah, sehr schön. Oh ja, das sieht aber nett aus. Nehmen wir den. Nehmen wir den. So, jetzt habe ich 640 Energie. Du hast eine Hupe gefunden. Boah, habe ich keine Hupe. Ach, du wolltest ja noch das Radatatam von mir abgucken. Da. Das habe ich auch noch gefunden. Ähm. Wo ist denn der böse Körper jetzt denn da hier? Ah, hier ist eben meine Energie. Ja, ja. Ich habe jetzt zwei Körper hier drin. Kann ich das eigentlich verkaufen? Ja, ich auch. Ich bringe auch noch einiges an Gült. Ich brauche 1,4 Mega-Joule pro Sekunde. Das ist ja toll. Wie brauche ich denn? Sehe ich gar nicht. Ähm. Ester? Ester. Komm, er ist der. Komm, er ist der. Komm, er ist da. Oh. Tschüss, Bidl. Ja. Gut, wir warten mal mit dem Server hier dran. Hast du ja gerade eine Flasche aufgemacht? Hm. Nein. Ich hab doch gehört. Am besten, du teleportierst dich zu mir. Ich düste mich schon mal zu. Ja. So müsste ich jetzt mal reinkommen, ne? Ich geh schon mal zu. Ester. Ester. Hallo. Oder wir können uns mit dem Pieper zum unterhalten. Rrrr. Ederderderder. Wo bleibt er wieder? Oh, ich glühe schon wieder. Ich weiß gar nicht, warum. Warum glühe ich manchmal? Ja, okay. Ne Ahnung, ne? Muss ich einfach versuchen, eine Party einsenladen, ne? Ah, ich glaub, ich hab mir einen Segen geholt. Glaub ich. Warum? 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 Ich glaub, ich hol mir von einem dieser Freunde, die hier stehen, einen Segen. Klick mal die Pieper als an. Glühst du dann auch? Wen? Hm. Tatsache. Ah, der gibt die Leuchtkraft. So, komm. Sehr toll. Ich hab ein Türe gekriegt. Warte, ich mach jetzt mal Türe. Hey. Hey. Ich bin ja wieder von selber geflogen. Was? Warum? Dann warte ich noch mit klicken. Dann hat sich das Spiel aufgefangen. Ich hab die Waffe von dir angeklickt. Wir müssen jetzt... Ah, die sind ja. Apex-Artefakte suchen. Diesmal hab ich einen fatalen Error gekriegt. Aber schön. Aufgefrorenen Planeten. Wollen wir das beim nächsten Mal machen oder wollen wir das noch machen? Nein, wollen wir nächstes Mal. Ja. Dann sagen wir mal wieder Schluss, oder? Ja. Aber ich akzeptiere den Auftrag. Ja. Wir können noch ein bisschen sammeln und das nächste Mal gucken wir uns irgendwie Apex-Stätten aufgefrorenen Planeten an. Was hältst du davon? Ja, das ist ja super. Dann machen wir also mal ein kleines Bräuch. Gehen uns den sammeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Herzlich Willkommen, ein fröhliches Moin oder eigentlich Gute Nacht Bidl zu einer Spielstunde von Starbound. Ich glaube wir haben schon lange nicht mehr gespielt. Guten Tag. Der Herr. Hast du eigentlich schon mein Schiff gezeigt? Hab ich. Mit den Melkviechern da? Nee. Tatsächlich war ich einige Zeit nicht mehr da. Also eigentlich wir beide. Und haben offline natürlich noch ein bisschen weitergepasst. Haben gesammelt, haben wieder Mechzeug gesucht. Ich komm mal eben auf dein. Toll. Was ist denn hier los? Du hast ja Schweine. Nee, Schweine sind das nicht. Das sind Büffel. Bufis. Du hast Bufis. Ich will jetzt aber nicht einsammeln. Kann man melken. Oh. Kannst du mal die Tür aufmachen? Ja. Funktion ist hervorragend dein Schiff. Oh. Oh. Warte mal die Faust hängt fest. Schon ein bisschen komisch aus. Was hast du für ein Stab? Was kann der nochmal? Ach so ein Eisloch. Schwarzes Eisloch. Okay. Das war die Armbrust. Ah ja. Gut. Ähm. Scan Objects to find Apex Clues. Ach. Moment. Mein Problem ist im Internet voll. Ich geb dir mal was, dass du hier, ich hab mich zwei Apex Sachen glaube ich schon gefunden letztes Mal versehentlich abgebaut. Ich guck mal eben, ob ich die noch hab. Oder hab ich die etwa auch, hab ich die nach Tropfenstein genommen? Ich muss die Rösten annehmen. Ach so schön. Ich glaub ich hab das gar nicht mehr hier. Ich muss glaub ich mal zu mir zurück. Brauchst du eigentlich noch ne Rupe? Schick. Ja besser. Schick. Ich geh mal kurz auf mein Schiff. Du? Ähm. Mein Schiff? Ja. Du kannst auch... Mach die Tür zu. Du... Du kannst dir sonst auch direkt von... Wenn du auf dein Porträt drückst auf dein Schiff beißen. Ja das hab ich jetzt gerade gemacht. Mhm. Aber danke. Danke. Dankeschön. Dankeschön. So pass auf. Ich muss hier eben noch was eintüten. Da komm ich sofort wieder zurück. Okay. Denn ich bin ein bisschen überladen. Hallo Partner. Hm. Warum eigentlich nicht? Ähm. Jetzt hab ich noch diese komischen Flügel an mir dran. Na doch. Die lass ich mal. Mhm. So. Das überlege ich gerade. Scan Objects. Vielleicht hab ich die ja auf Tropfenstein stehen gehabt. Ich geh nochmal runter. Denn ich muss da eh noch was auslagern. Mein Inventar ist ein bisschen voll. Ich glaub ich hab ein bisschen viel gesammelt. Naja. Mhm. Mhm. Komm wir waren fleißig. Mhm. Siehste? Wir waren total fleißig. Und da Biedl da sagt er schüben das auch. So. Da kommen noch ein paar Steine rein. Dann musst du dich gar nicht ausmühlen nachher. Das ist voll mit dem Zeug. Hm? Was? Das ist voll mit dem Zeug. Ja, frag mich mal. Weg. Was nicht passt, das kommt eben weg. Hm. Karavil. Smooth Ice. Trockener Sand. Das brauch ich alles nicht. Da haben wir noch ein bisschen Asche. Da unten sind zwei Möppers. Die müsstest du vielleicht noch. Ja. Genau die meine ich. Gut machst du das. Jawoll. Sieht gut aus. Lass dich nicht unterkriegen. Ich glaub an dich. Ein wahrer Held gibt nicht auf. Bleib immer stehen. Versucht alles. Eis, Eis, Baby. Wieso ich? Ich mach doch nichts böses. Ja. Ich hab gerade das Ding angeblich. Mich. Wenn nichts dazu ist, mennest, wir brauchen ein neues Fach. Ist voll. Ja, ich schmeißer den Rest einfach in meiner Tüte. In meine Mülltüte. Hast du doch auch. Ja, ne, Stein und Sand, das brauche ich doch nicht aufheben. Das Holz. Das passt noch, das kann ich nur einlagern. So. Ich hab noch Wall-Panels oder sowas. Oh, ist noch ein Instrument. Platz für ein Instrument. Ach, da ist noch eine Kiste mit dem Happenzeug. Das ist ja toll. Mach ich da rein. Ich glaub, das hätte ich mal da reingemacht. Piddle Rock. Umsteigen. Kann ich so eine Fliege an. Ah, tja. Vavarium haben wir ja auch eine Menge gefunden. Ähm. Aber ich wundere mich, dass ich das Dings nicht mehr hab, das, ähm. Ja. Das kann schon mal passieren. Sch-sch-sch-sch-sch. Mach halt auf. Ah ja. Hier kann ich mir noch was eintüten. So. Das noch. Das noch. Eine Menge Zeug. Und das da. Alles weg damit. Weg. 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 Ein bisschen aussortieren. Wir wollen uns auf die Suche nach Affen machen. Wir müssen auf jeden Fall einen Planeten finden, wo wir in den Ozean rein stiefeln können. Ich geh uns mal was aussuchen. Ja. Ich muss, wie gesagt, erstmal zuerst da. Ah ja. Stimmt. Habe ich das hier vielleicht hingestellt? Habe ich das hier vielleicht hingestellt? Habe ich das auch nicht hingestellt? Ach. Ja. Und eine Raumstation. Die ist nicht eingerichtet, aber... Stimmt, Biele hat ein bisschen rum experimentiert. Stimmt, Biele hat ein bisschen rum experimentiert. Hallo. Hm? Gibt ne Arena-Quest ne neue. Wat? Von wem? Von der Tussi vorhin. Von Esther? Neh mich mit. Boah, ich hab noch nen Heal. Fahr dich direkt zu mir. Nö. Oh. Der Piepmats, gibt doch leuchten, ne? Ach, hier, Tatsache. Hast schon angenommen? ich kann ja schon mit dem opa reden du kannst mich noch mal heilen ich bin auch schon durch noch viel lernen und herzchen zwischen uns die frage ist jetzt was soll man machen soll ich dir das geben und schießt die ganze zeit etwas schießen nach dem hier könnte ich oder zieht so schnell auf griechern ich habe ich müsste die nehmen das habe ich gesagt was der gegner hat ja das hätten wir lesen sollen war ob das die beste waffe dafür ist ich glaube nicht halt da machst du auch was hier vielleicht hier war doch da toll es war jetzt keine gute idee das war noch eine schlechte rede ich bin mal lieber den stab als dieses komische etwas du lebst ja noch ich musste erst mal wieder hinkommen ich hoffe die tante gibt mir den quest noch mal ich warte am arena leiter ich lese mir das noch mal durch was der gemeint hat durch allein schaffe ich das nicht das tempel entfernt sein das zeichnet stärke aus feuer ach das verbrennung spray haben wir was gegen feuer ach warte mal du hast gesagt feuer ja ja die sind anfällig gegen feuer die machen feuer die machen feuer aber wir hatten doch ein anti brand spree ich habe was andere ich glaube meine idee war besser gut ich kann mich für die tiere ich kann sich auch ich bräuchte eigentlich energie die kann ich dir nicht geben aber ich kann dir die tiere von leid halten du brauchst du nicht ich hab mich back gemacht ne nee ich hab wirklich noch 120 schaden an dem kielchen guck 120 schaden 2er 10 ich hab das auch noch gemacht ne ist er tot? jo, tot aber ich brenne nur ein bisschen ich wollte dieses komische etwas noch holen so, haben wir geschafft ich glaube es ist ein stolzer Punkt machst du eine Eis am Brust alles mal ja komm, bisschen hab ich auch gemacht ja, bisschen na, alles okay doch au au kriegen wir ein Töre, ne ein Breitschwert wir haben ein Töre wir haben den Töre wir haben ja was immer gegen dich ein feuerschwerter hallo ist das ein einhörter nee sieht von 30 1 flammenwerfer so Affen, auf mein Schiff. Captain Affe bitte auf mein Schiff